Hallo ihr Lieben, heute geht es mit dem Porsche 911 Carrera S993 zum Nürburgring mit diesen Einstellungen. Ja, bei Grand Osmo 7 sind wir natürlich. Und da bin ich mal gespannt. Eine Runde über die Nordschleife. Das wird mit Sicherheit ein bisschen chaotisch. Es gibt da immer so ein paar Kurven, obwohl ich dann mal vergesse, dass es an der Stelle sind. Das ist nicht immer so gut. Naja, lassen wir uns überreißen. Eine lange Runde. Die Blank ist natürlich einstellig. Ich bin selber ein bisschen gespannt, auf wie ich hier abschneide. Für die Einstellung. Bei den anderen beiden Porsche Cabaretten. Vielleicht für den Zweifel. Wenn es die Amerikaner angeht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020